zwei im grunde das ist ich glaube einmal kann ich noch so können wir jetzt durch so das ist ein schöner türdurchgang also da kommt man traumhaft einfach schachfigur knochen gabel schachfigur im ernst schachfigur knochen gabel da ist eine gabel da ist die schachfigur knochen noch in der knochen wieder mal weinglas gitarre hafer da da hafer gut vorhin geschloss maske vorhin geschloss gut er steht mir um maske das hier spiegel waage trophäen kopf spiegel waage fien kopf da ist die wagen den kopf das spiegel dass der spiegel ich weiß es nicht ich kann es nicht sagen das ist schlange schwert rad schlange schwert rad schlange schwert rad schwert schwert ach da das ist ein knorren das ist ein knorren du hast ein skelettstück gefunden jippie die Szene abgeschlossen die Szene ist noch nicht abgeschlossen irgendwas fehlt hier da 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 was das wo bin ich hier Kelch-Uhr-Drachensymbol keine ahnung wo ich hier bin aber Kelch-Uhr-Drachensymbol 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 Ohr Boah Gefäß, Nagel, Skelettaum das ist ein Skelettaum Gefäß was 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 verraten du hast zu 2 und du hast hier auch solche Eich ein ewiger Wanderer ja danke Gefäß, Nagel Gefäß, Nagel 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 Gefäß Nagel ist da Pipe, Flock, Papier Papier Pipe, Flock, Papier Pfeil Pfeil Maske, Kerzenhalter Smaragd-Anhänger Smaragd-Anhänger Kerzen Mask Schuh, Waage, Vorhänge Schluss Vorhänge Waage Ach, ein Seil. Kein Pfeil. Minimal mich verlesen. Du hast ein Skelettstück gefunden. Hier. Skelett zusammenbauen. Setze das Skelett des Ritters richtig zusammen. Ja, wunderschön. Oh. Äh. Hä? 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 Was ist das für Knurren hier? Jetzt? Mit dem Rest der Knurren? Was ist denn die? Was ist das für Knurren? Wir haben den Knurren gegründet. Wir müssen ihm jetzt ein guter Begründer geben. Wie er es wünschte. Wir müssen einen Weg nach London transportieren. Der Kümel ist der richtige Ort. Es ist nah an den anderen Knurren. Der Kümel ist überrascht worden. Der Kümel ist der Kümel. Die Kümel sind für die Kümel. Die Kümel sind für die Kümel der Kümel. Diese Kümel ist eine Zentrum für die neue Welt. Der Reste der Elite Vampires. Die Elite Vampires. Wir können nicht den Körper von einem Christen in einem Schraub, der verraten von Schäden. Wir müssen ihn finden, um es zu purieren. Wir müssen ihn verraten. Wer ist das für die ganze Zeit? Auf diesen Säken fehlen die Kugeln. Nur die Ängsten und Vertrauten der Königin haben diese Arschluss verdient. Blut! Pudess der Verderbnis. Drei Runen fehlen. Er saß hier vorher nicht. Das arme Eichhörnchen! Bär da... Was ist hier? Ah ja, Fledermonst Eimer Kerze. Kerze. Heimer. Äh... Fledermaus. 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 Ja. Kuppe, roter Stoff, Handschuhe. Roter Stoff. Kuppe. Handschuhe. Schaufel, Vorhängeschloss, Maske. Maske. Schaufel. Schaufel. Vorhängeschloss. Schaufel, Schaufel. 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 Schaufel? Schaufel? Motte, Tannenzapfen, Kleinen entklapfen, Kleinen entklapfen, Motte und Teller, Teller, eine Schüssel für mich aber gut, soll man nicht pingelig sein, eine, was, eine Motte, Kürbis haben wir da, oder Runenstein, ja, was, Motte und Schaufel, Motte und Schaufel, gute Motten-Schaufel, wenn man eine Motte hat, dann nimmst du die Schaufel und ballast der Motte so eine, dass er K.O. in der Ecke liegt, das ist eine Motten-Schaufel, muss eine Motte nicht beim Licht sein, ist er natürlich nicht, Schaufel sehe ich auch nicht, also das ist für mich keine Schaufel, also wenn ich jetzt hier draufklicke und das ist die Schaufel, dann, 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 wie mit dem Rosenkranz, was ist denn hier eine Schaufel und eine Motte, eine Motte, bitte, das ist ziemlich dunkel, ne, ich meine nicht, dass die Motte da ist, nach dem Motto, liegt er jetzt drauf, ne, ist er nicht, ist er auch nicht, Das ist eine Schaufel Ja, 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 Motte, Motte Im Grunde könnte es alles sein Wenn das eben eine Schaufel war, dann könnte auch das hier eine Motte sein Mein Gott, die Motte finde ich doch nie Oder nichts Ach doch, finde ich nicht, Motte Die finde ich nicht, die weigert sich gefunden zu werden Spielt mir da einen ganz üblen Müttenstreich Ach Gott, da ist sie So oft hingeguckt Du hast einen Runenstein gefunden Gräber Kann ich auch nichts machen, da waren wir drin Geht auch Büro von Van Helsing Kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weiter Gehen wir ins Büro Rüstung Das hatten wir ja vorhin schon Haben wir ja nichts zum Einkommen Groß-Oder ist das die meint Losen Händen getragen werden, okay Der kann generell nicht genommen werden ohne Was anderes Was ist das hier eigentlich bucht? Komm uns So Das hier Nicht so genommen werden Doch hier was geben Särgen fehlen die Kugeln Hier fehlen mir Runensteine Oben, der leuchtet so Da nichts drin ist Kommen wir wieder zum Büro Geht auch nicht Hm Verderbte Podest Das bringt mir Im Büro komme ich nicht weiter Weil er das nicht anfassen will Dann lass es ihn anfassen Ja Ja Kommen wir wieder, der Balkon Den doch erst Ambrus, Flasche, Schädel Ich weiß nicht, was die macht Ich meine, es sind immer andere Dinger Aber Häufig die gleichen Szenen Globus, Frosch, Buch Dein Buch Dein Buch Dein Buch Dein Buch Handschuh, Schwert, Fernglas Fernglas Werth Schuh Gut, Tasche, Axt Tasche, Axt Das ist keine Axt, meine Frau. Ist das eine Tasche? Handschuh. Hand-Taschuh. Kein Handschuh. Ist der Handschuh? Okay, Schuhe. Oh, keine Handschuhe. Das ist ein Schirm. Das kenne ich nicht, ob das sein soll. Da ist ein Hammer. Ja, Pentagramm. Datum. Telefon auf dem Balkon. Oh, keine Ahnung. Ich sehe keinen Handschuh. Ach, da. So. Ich habe einen Lederhandschuh gefunden. Ah, jetzt können wir die Kugel nehmen. So. Oh, keine Personen. Stein. Ah, doch. Das Verderben ist schwächer in diesem Grab. Wir sollten die Quelle zerstören. Kommen. Zu vernichten. Ruhnstein. Da. Was haben wir da noch? Teil des Schildes. So, da haben wir die Ruhnsteine. Zieh die Kugeln auf ihrer entsprechenden Farbe. Die Bewegung der Kugeln kann durch Wände und durch andere Kugeln behindert werden. Okay, dann testen. Hä? Ich glaube da. Ne. Ah. Hä? Ach so. Oh. 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 Was mache ich denn das jetzt? Ach du Scheiße. Oh, das müssen wir nochmal zurück. Ich bin muss da hin. Hat das Grün? Ja, doch. Es geht. Ich grünen weg. Die gehe ich aber blau nicht mehr weg. Ja. Ja, gemein. Ja, kriege ich dann auch nicht mehr weg. Kommt ja nicht aus den Ecken hier raus. Und da kannst du dann nur noch im Kreis hier rumballern. Oh, da kommst du nicht mehr raus. Weil. Okay, das geht also auch nicht. Äh, wie hatte ich das gemacht? So, so. Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. So, ich grünen. Blau wegkriegen. Oh. Tja. Blau. Wie mache ich blau? Blau eingelogt. Das, 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 dann hätte ich blau weg. Kriege ich aber grün, lila nicht mehr weg. Rosa oder was? Pink, purple. Silber. Lofty, Lofty, Lofty. Grün und Lila sind so einfach. Pink, rosa. Rosa und grün sind so leicht. Wie kriege ich denn bitte blau weg? Ja. 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 Und blau weg. Untertitelung. BR 2018